Markus Eberhardt, die Unfassbare Die Anstrengungen seines ersten Arbeitstages steckten dem frisch gebackenen Lehrling Johann noch in den Knochen. Als er aber den Hang nach Felderfing hinablaufen konnte, war er wieder voll von wilder Vorfreude. Irgendetwas hatte sich aber geändert. Da standen Soldaten um das Hotel. Hier einer, auf der anderen Seite gleich drei. Auf diesem Weg, wo er früher seinen einsamen Gang zur Schule verträumt genoss, blieb Johann irritiert stehen. Wenn das die gleichen Uniformen sind, dann heißt das ja, Johann unterbrach seinen Gedanken. Zwei oder drei Jahre musste es her gewesen sein, als er mit seinem Vater nach Starnberg fahren durfte. Am Schloss in Possenhofen kamen ihnen ein paar Berittene entgegen und der Vater sagte, als er den erstaunten Blick seines Sohnes bemerkte, das seien österreichische Uniformen. Das kann nur heißen, die Kaiserin ist da, hatte der Vater in seinen Bart gebrummt und mit diesem Satz in Johann eine ganze Traumwelt wachgerufen. Von großartigen Sälen und Tafeln, die mit unendlich vielen Würsten und unendlich viel warmer Milch und noch mehr Honig gedeckt waren. Wenn er ein Prinz wäre, Johann hätte endlich einmal nicht nur eine Kartoffelsuppe, sondern auch eine Wurst in seine Kartoffelsuppe getan und auch die Milch wäre nicht in seiner kleinen Tasse, sondern ganz unbescheiden hätte einen ganzen halben Liter Milch neben sich stehen. Was stehst denn da so rum? Schick dich, Johann, wir warten doch schon alle. Wir wissen schon immer, wo uns der Kopf steht. Johann rannte auf Fanny zu, eine dicke, warmherzige Köchin, die dem Johann gestern etwas aus der Küche mit nach Hause gab, obwohl der Herr Machtlinger, dieser gemeine Chefkoch, es ausdrücklich verboten hatte. Dann heißt das ja, die Kaiserin ist da. Johann kam recht atemlos am Dienstboteneingang an, rannte in die Küche und band sich seinen Schurz um. Die Fanny würde ihm gleich seine Arbeit zuteilen. In der von Dampf vernebelten Küche knallte der Machtlinger einen großen Kupfertopf auf das Feuer. Am Arbeitstisch stand Franz, der zweite Lehrling, ganz verheult und mit Schweiß auf der Stirn und Schnitt Gemüse. Machtlinger schrie, Anweisungen in alle Richtungen. Johanns zweiter Arbeitstag schien anders zu werden als der erste und anders als die meisten im ganzen künftigen Lehrjahr. Herr Machtlinger schien ihn gar nicht zur Kenntnis zu nehmen. Fanny rannte auf ihn zu und kommandierte, Hühner rupfen, aber pressier dich, die Kaiserin ist da. Johann bekam zwei Hühner an deren Blut verschmierter Gurgel und einen Korb in die Hand gedrückt. Johann stotterte ganz verwirrt. Wieso ist denn die da? Was bleibt denn die nicht in den Postenhofen drüben? Und schon hatte er mit einem sauberen Knall alle fünf Finger des Machtlingers im Gesicht. Wie redest denn du von ihrer Majestät, du Lackl? Hat dir keiner einen Respekt beibraucht? Das kann sich vielleicht gleich ändern, sauber Kreislicher. Was glaubst denn du, dass du vielleicht extra Wurst kriegst? Schau, dass du an die Arbeit kommst, weil sonst schäbert es gleich noch einmal. Also setzte sich Johann, versuchte die Tränen zu unterdrücken und fing an, das erste Huhn zu rupfen. Er traute sich nicht einmal mehr, sich die Finger zu waschen. Er rupfte und rupfte. Nur ganz kurz lugte er zum Franz und ahnte den Grund für dessen Tränen. Und die Fanny schuftete mit Stampfen und Umfüllen und Rühren und Kräuterzupfen. Dazwischen las sie von einem Zettel ab und ganz leise flüsterte sie, lauter Extra-Wünsche, lauter Extra-Wünsche, wie soll man nur fertig werden? Johann hätte gern etwas Aufmunterndes gesagt, aber die Anwesenheit der Kaiserin schien alles auf den Kopf gestellt zu haben. Die Kaiserin schuf sich Ehrfurcht. Ihretwegen hatte er schon rennen müssen, hatte jetzt blutverschmierte, dreckige Hände, hatte schon eine Watschen eingesteckt. Und jetzt heult er auch noch auf das kaiserliche Suppenhuhn? Wie schaust denn aus? Die Fanny riss ihm alles aus den Händen. Wasch dich schnell. Du und dann gehst rüber zur Rezeption. Da steht ein Extra-Wachmann, den dürfen wir alles fragen. Und den fragst dann, ob der Tee und diese Keksbrezerlen oder was das werden soll, gleich bei ihrer Ankunft serviert werden soll. Dann bleibt mir nämlich das Herz stehen. Oder erst zum Nachtisch, weil dann kriegen wir das schon alles irgendwie hin. Johann sprang erleichtert auf, wusch sich, nahm sogar den Kamm, der auf dem Waschbrett lag und zog sich einen artigen, fettigen Schweißscheitel, so gut es ging, rannte auf den Flur zur Rezeption und bremste sich in vollem Lauf. Im Hotelflur standen mehrere Soldaten, völlig regungslos, und weil sie sich so gar nicht regten, beschleunigte Johann wieder und eilte um leiseste Unauffälligkeit bemüht den Flur entlang. »Ihrre Majestät!« schrie es von vorne, und Johann spürte das Echo von hinten in seinen Nacken klatschen. Ein zackiger Ruck durchfuhr alle Uniformierten. Johann erstarrte, als habe er eine Haselnuss in die Luftröhre bekommen. Ein Soldat hatte ihn mit starkem Griff am Kragen gepackt, ihn von der Flurmitte gehoben und ihn unsanft hinter sich unter einen Türstock gestopft. Johann sackte hinter den Lederstiefeln des Soldaten auf dem Boden zusammen und kniff die Augen zu. »Achtung!« klang es militärisch durch den Flur, die Stiefel knallten zusammen und der ganze Soldat stand stramm. Zunächst war alles still. Dann waren Schritte von mehreren Personen zu hören, es rauschten Tonnen von Stoff den Flur entlang, stillschweigend schritten und raschelten die kaiserlichen Personen näher, und Johann wagte es nicht, sich auszumalen, was Herr Machtlinger für ein Donnerwetter loslassen würde, weil Johann es gewagt hätte, die Kaiserin zu erblicken. Was würde Johann selbst sagen, wenn sie, diese Majestät, ihn jetzt an die Tür gekauert und zitternd vorfinden würde? Aber das Rauschen kam näher und zog vorüber. Johann machte die Augen auf, und für die Zeit von drei oder vier eleganten Damenschritten sah er die Schleppen zweier schwarzer Kleider, glänzender Stoff mit Spitzenrändern, Fransen eines feinen Überwurfs, und schon waren sie verschwunden. Johann kam in die Küche. »Und, was sagt er?« fragte Fanny. »Ich hab's gar nicht bis zur Rezeption geschafft. Die Kaiserin ist gekommen.« Fanny schlug sich die Hände vors Gesicht. »Die Kaiserin? Meine Güte, Johann, und du stehst mitten auf dem Flur? Die soll ja so schön sein, so unfassbar schön, und du bist der Kaiserin begegnet.« »Ach, eine Hofdame war auch noch dabei,« vervollständigte Johann pflichtbewusst. Aber Fanny war außer sich. »Sie soll ja auch eine ganz unfassbar schöne Ausstrahlung haben.« »Das stimmt doch auch ganz sicher, oder?« grinste der Machtlinger neugierig und zeigte sein sonst unsichtbares, weiches Herz. »Ich mein, du bist ja noch ganz karsig im Gesicht und zittrig. Setz dich ein bisschen hinters Haus und schnauf erst einmal durch. Das war so eine Begegnung mit seiner allerhöchsten Person. Das muss man doch erst einmal backen.« »Du bist der Kaiserin begegnet. Das ist doch ein ganz besonderer Tag in deinem Leben.« Fanny war überwältigt von Ehrfurcht. Der Franz prophezeite, »Da wirst du dein Leben lang dran denken.« Fanny wandte sich langsam wieder ihrer Arbeit zu. »Unser Johann trifft die Kaiserin von Österreich. Unfassbar, die Kaiserin, ganz unfassbar, oder ist sie doch?« Und Johann nickte. »Hm, ja, unfassbar, ganz unfassbar.« » kroî, ja, unfassbar.« »Diez holdor, ganz unfassbar.« Vielen Dank.